Es war super interessant. Ich bin begeistert von dem Format. Ich bin unglaublich glücklich, hier sein zu dürfen. Es war ein grandioses Event. Ich fand es extrem interessant, auf dem Panel als erstes zu hören. Auf online müssen wir aufpassen. Ich denke, der große Wert von einem solchen Event ist, Menschen aus verschiedenen Teilen der Sprache, die, ehrlich gesagt, nicht oft zu sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.